Die Menschen mögen es, mir Dinge zu erzählen, ihre schmutzigen, düsteren Sehnsüchten. Verzeihung, ja, ich hab was einzuwenden. Sie wollen diesen menschlichen Schandfleck doch nicht heiraten, weil sie ihn wirklich lieben. Oh Gott, nein. Ermänner dir, wie läuft's denn so, mein Großer? Lucifer, in der Unterwelt verlangt man nach dir. Und du, mein gefielerter Freund, kannst du Elefant? Sie haben ja richtig Eier, hab ich recht. Ah, vielen Dank, aber Sie sind wohl eher durchschnittlich. Glaube ich gern. Mensch, hör auf mit fühlen zu sein, du bist der Teufel. Ja, da bin ich. Ich bin Wandel, das Heroin, man wird abhängig und es geht nie gut aus. Sie, Detective, sind beim Schand gegenüber völlig im Nürn. Um die Wahrheit zu sagen, ich finde Sie abstoßend. Das ist faszinierend. Sind Sie ein Pelzeer oder sowas? Nein, ich bin kein Jedi, ich kann keine Gedanken lesen. Menschen erzählen mir einfach gern Dinge. Irgendwas an ihr ist anders, etwas, das ich nicht verstehe und es irritiert mich. Vielleicht ist das nicht sie, die irgendwie anders ist. Wie heißt du denn? Lucifer. So wie der Dreifel. Ja, genau. Detective, willkommen zur Party. Oh, bitte nicht, oh Gott. Nein. Du musst diese Kleidung loswerden. Mom, du bist nackt. Was soll ich bloß mit Ihnen machen? Ich würde sagen, Sie lassen nichts angreifen. Lucifer, die dritte Staffel. Oh Mann, was für ein Tag. Wird Zeit, dass Sie verschwinden. Also hartnäckig sind Sie, das muss man Ihnen lassen. Respekt. Verdächtiger, fahrt auf uns zu. Bereit machen Sie eine Straßensperre. Keine Bewegung. Hallo, hallo. Wow, hallo, die Herren Entführer, endlich. Wie habt ihr es geschafft, dass ich unnächtig werde? Oh, was machst du denn da auf? Hör, das kitzelt. Ich bestimme, wer ich bin, nur ich, nicht mein Dad. Verstanden? Verflüge doch mal. Lucifer. Die komplette dritte Staffel. Jetzt. Lucifer? Mase, jetzt in Zeit. Detective, würde ich gerne mit mir gehen? Nachdem ich dein Gesicht gesehen habe, ich fühle mich verloren. Ich wollte nur wiederholen. Der Detective ist sicherlich in denier. Help mir. Geh es langsam. Wie ist Lucifer? Ich bin sicher, er ist einfach gut. Geh es. Hey, Alice. Hey, Eve. Long time no see. Who are you? I'm Eve. As in Adam Nee. Alice was bringing his girlfriend on cases now, huh? She's actually really sweet. I don't think that you understand the dangers of having you here. When the devil finds his first love, Eve all shall be released. Eve is amazing. She appreciates that I'm the devil. I'm guessing this isn't gonna end well. Could you accept who I truly am? I don't know. You don't have to change. You're already perfect. This is not who you are. I'm the devil. This is going to be so much fun. Don't leave. Goodbye. She'll be just fine without me. I'm not good. I've been throwing myself into work. Again, going out with you. At least you guys got to say goodbye. As far as I'm concerned, Lucifer can, well, he can go to hell. We don't need him. Hello, bad guys. You're here. Yes, I got a bit bored, so I thought I'd pop back up. Lucifer's acting different. Down there, time is different. I was in hell for thousands of years. A few things might have changed. Lucifer 2.0. You're back. Great. How could you go home without me? I'm not Lucifer. Lucifer told me he had a twin brother. Nice to meet you. I'm Michael. I am not going to break Lucifer's life. I'm going to take it. He is stronger than you think. What do you truly desire? Welcome home. How do you like the mess I made? For now, I'm going to stick to police work and avoid anything God-related. Hilarious. When you watch me burn The world was on fire And no one could save me but you What a wicked game to play To make me dream of you You were the wild in love Von nun an Keine Musik mehr Aber das Lied hören wir noch Ich bin zurück Dad Hallo Ladies Welchen aufregenden neuen Fall untersuchen wir heute? Du löst Verbrechen wie ein richtiger Detektiv Ich komm definitiv in die Hölle Gib mir Frisch Ja Ja Freut mich? Gut Spoiler Alarm Es wird absolut episch Ditto Ich bin- Ich bin- Ditto Ich bin-